Das Villa Tirol liegt in Olang, Valdaora in Südtirol. Das Villa Tirol ist beliebt unter den Gästen. 85% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 205 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,7 von 6 Punkten. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,4 Sonnen von 5,4 Sonnen widerspiegelt. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen, kann. Es werden 5,1 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,9 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.